Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich stelle euch heute diesen Mini Gaslötbrenner vor, aber ich verwende ihn als Feuerzeug bzw. Sturmfeuerzeug und er ist um einiges komfortabler als die herkömmlichen. Kostet 8,25 und die Lieferung ist kostenlos. Ich habe euch in der Beschreibung auch nochmal passendes Gas verlinkt, wenn ihr keins zu Hause habt, also ganz einfach zum Selbstverfüllen. Kostet 1,90 und 300ml ist der Inhalt. Gibt es aber auch bei Lidl, Rewe, Edeka oder wo auch immer. Und kommen wir jetzt erstmal zum Produkt an sich. Ich hatte einfach die Frage für mich zu beantworten, welches Feuerzeug kaufe ich mir zu Silvester. Ich habe immer eine Packung, drei Stück oder so aus dem Lidl für 99 Cent und am Ende waren sie alle drei kaputt. Und bevor ich meinen Beutel voller Knaller weggeknallt hatte, das war auch wirklich jedes Jahr so. Und ich habe mir einfach mal gedacht, gebe ich mal ein bisschen mehr aus. Habe mir gleich zwei bestellt und das zweite hat schon einen Kumpel, aber egal. Und habe mir einfach mal das gute Stück hier bestellt, Micro Blazer. Im Laden sind die ja ganz schön teuer, aber 8,25 geht eigentlich, weil ich habe ja eins und das reicht hoffentlich auch für den ganzen Silvesterabend. Silvesterabend, wenn nicht noch darüber hinaus, was ich mal sehr hoffe. Die werden leer geliefert und man muss sie einfach einmal betanken. Das geht schnell innerhalb von 10 Sekunden und dann sind sie einsatzbereit. Das hier ist schon ein bisschen in Gebrauch gewesen, deswegen ist es nicht mehr ganz voll. Dann zeige ich euch einfach mal das gute Stück im Detail. Hier sind auf Clipper, da steht Micro Blazer. Ja, da geht schon etwas ab, weil ich das Ding schon im Regen hatte. Ich ziehe ihn jetzt einfach mal ab, hinterlässt sogar gar keine Rückstände. Sieht jetzt viel cooler aus, jedenfalls sehe ich das so. Ja. Der Tank sieht geil aus, finde ich jedenfalls. Man sieht auf jeden Fall immer, wie viel noch drin ist. Auch im Dunkeln kann man das Handy davor halten und sieht immer, wie viel drin ist. Dann hier unten kann man mit einem einfachen Phasenprüfer oder Schlitzschraubenzieher oder auch mit dem Fingernagel, wenn sie lang genug sind, eben einstellen, wie groß die Flamme sein soll. Und ja, es ist alles ziemlich hochwertig verarbeitet. Nicht zu hochwertig, ich meine 820 ist ja auch nicht so viel Geld. Aber es ist auf jeden Fall nicht, dass man sich beschweren sollte oder kann. Das ist Metall. Das ist natürlich Plastik so, das Zündstück. Ja. Dann diese schöne Kette, die ist überraschend hochwertig, an der die Kappe befestigt ist. Also die Kappe, die die Düse sozusagen abdeckt, den Jet. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Oh Gott, das Drücken, also der Druckpunkt ist wirklich perfekt. Man muss nicht zu doll drücken, aber es geht nicht zu leicht. Ich habe es jetzt ziemlich weit aufgedreht. Malerweise habe ich es nicht so weit. Wartet. So. Genau. So ist es eigentlich perfekt. Dann geht es auch nicht so schnell alle. Und ihr könnt wirklich jeden Böller innerhalb von einer Sekunde oder so anzünden. Auch Wunderkerzen gehen damit sehr schnell an. Und ihr habt nicht dieses ewige Geplänkel wie bei den klassischen Feuerzeugen. Ich werde das Ganze einfach mal diesen Dialog hier anzünden und ihr schaut mal, wie schnell das geht. Nur Gas. Und jetzt geht die Flamme los. Und das Ganze... Gehnt euch dieses Unheil. Ja, spielt nicht mit Feuer. Sonst macht ihr noch alles kaputt. So. Das ist es jedenfalls jetzt hier. Dieses Produkt, welches ich euch vorstellen wollte. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. 8,25 kostet das. Ihr braucht noch Feuerzeuggas dazu. Kauft euch das am besten im Lidl oder so. Weil im Endeffekt ist es ziemlich teuer. Irgendwas an Kosten. Und dann habt ihr wirklich ein Top-Fahrzeug. Mit dem ihr wahrscheinlich keine Sorgen haben werdet. Und eure Freunde werden euch beneiden. Dass sie nicht auch etwas mehr ausgegeben haben. Liked das Video doch. Und abonniert mich für mehr Produkttests. Aus aller Art. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Und checkt die ganzen Links aus in der Beschreibung. Folgt mir auf Instagram, Facebook und so. Hab euch lieb. Ich hoffe, wir sind es. Zeiten haben wir wieder. Und jo. Bis zum nächsten Mal.